Ciao! Oggi coniughiamo insieme il Verbo leggere. Heute coniughieren wir zusammen das Verbo leggere. Leggere bedeutet lesen. Genau wie sich ein Liedtext beim häufigen Hören einträgt, genauso wirst du mit meinem Verbentraining lernen, die Verben zu konjugieren. Cominciamo subito. Lass uns sofort anfangen. Indicativo, presente, presence, quasi ich lese und so weiter. Leggo, leggi, legge. Leggiamo, leggete, leggono. Passato prossimo, die Vergangenheitsform passato prossimo, quasi ich habe gelese. Ho letto, hai letto, ha letto. Abbiamo letto, avete letto, hanno letto. Noch eine Vergangenheitsform, imperfetto. Leggevo, leggevi, leggeva. Leggevamo, leggevate, leggevano. Futuro, ich werde lesen. Leggero, leggerai, leggerà. Leggeremo, leggerete, leggeranno. Condizionale, ich würde lesen. Leggerei, leggeresti, leggerebbe. Leggeremmo, leggereste, leggerebbero. Imperativo, die Befehlsform. Lies, leggi, lesen Sie, legger. Attenzione, legger geht nur im Singular. Lass uns lesen. Leggiamo, lest, leggete. Und jetzt die Befehlsform mit Verneinung. Lies nicht, non leggere. Lesen Sie nicht, non legga. Attenzione, legger geht nur im Singular. Lass uns nicht lesen, non leggiamo. Lest nicht, non leggete. Die Tabellen mit den Verbenkonjugationen findest du auf meiner Internetseite www.kursvitania-dee. Und wenn du kein Video oder Audio auf meinem YouTube-Kanal verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Und sehr, 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 sehr wichtig, molto, 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 molto importante, quasi importantissimo. Klicke auf die Glocke. Nur auf diese Weise bekommst du eine Benachrichtigung jedes Mal, wenn etwas Neues auf meinem Kanal veröffentlicht wird. Allora, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.